Also ich bin Hanna und ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Nilia und ich bin auch 20 Jahre alt. Also wir kommen ja beide aus Hildesheim. Ja, wir sind gestern angereist und bleiben halt noch bis morgen und dann fahren wir wieder zu. Eigentlich seit gestern proben, aber es macht sehr viel Spaß. Am Anfang wusste man ja noch nicht so viel darüber und da haben wir auch zu Hause, also wir haben schon eine Szene zusammen gemacht, waren uns aber nicht sicher, ob das jetzt überhaupt so richtig ist. Und dann haben wir sie gestern einmal gespielt und dann fanden sie es ganz gut und jetzt können wir das halt überarbeiten und dann vielleicht sogar übernehmen. Ja, wir sind nicht so richtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017